Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Weltlosche-Zock-Kanal zur weiteren Folge ManNFL22 Wir gehen direkt rein. Ich will gar nicht viel labern, wir gehen direkt rein Beziehungsweise ich zeige nochmal das Standing, damit ihr wisst, wo wir hier stehen Es geht um alles Wir sind auf Platz 13, momentan Das heißt ganz, ganz knapp in den Playoffs, aber ihr seht es ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Teams mit dem gleichen Standing, dazu gehören wir eben auch Mit 8 zu 7 Das heißt jede Niederlage kann tödlich sein Das heißt 2 Siege, wir sind wahrscheinlich in den Playoffs Eine Niederlage und die Saison kann vorbei sein und vor allen Dingen auch so Die Serie hier und das will ich natürlich überhaupt nicht Das ist das Letzte, das ich will, dass die Serie so endet Deswegen gehen wir jetzt gegen Washington Football Team rein Und wir müssen kämpfen, wir müssen fighten, fighten, fighten Wenn wir in die Playoffs wollen Wenn wir in die Postseason weitermachen wollen Inside Zone Wir gucken mal Ah ok, das war nichts Injury Timeout, aber Sweat, das ist nicht unser Mann Also Godwin und Co. bitte liefert ab Schönes Ding Sehr schön Miles Sanders ist ja leider verletzt Das war auch richtig bitter, als die Nachricht reingekickt ist Dass der einfach mal komplett ausfällt Deswegen ja auch Johnson hier die ganze Zeit von Beginn an dabei Das Gute ist wirklich, dass Johnson als auch Gainville wirklich schon gezeigt haben, dass sie es können Boah Boah, das war stark Also das war ja richtig agil und richtig gut, was er da gezeigt hat Also das war echt nicht schlecht, was der Johnson gerade gezeigt hat Boah Junge, Johnson dreht ja richtig am Rad Okay Er zeigt das ja ein sehr, sehr guter Miles Sanders Er sitzt das mit seinem Espresso da, den er da eben getrunken hat oder was auch immer Dann gucken wir mal, ob er jetzt hier mit seinem Inside Zone es wirklich packen kann, auch den Touchdown zu holen Ah, gut Wird dann da umgecrasht Ich habe jetzt HP Dive genommen Ja, okay Das war nichts Sollte ich jetzt doch lieber mit einem Pass gehen, glaube ich GoDead vielleicht tatsächlich Oder Barrow selber, oder Barrow selber, oder Barrow selber Er verliert einfach schon wieder den Ball, ne Barrow zu oft mit einem Fumble Ah, ist das Ah, ist das bitter Das ist bitter Das ist sehr bitter Aber wir sind wieder am Ball Auch wenn jetzt erstmal das erste Viertel rum ist Ähm Es wäre cool, wenn Johnson sich beweisen kann Ah Dieses Mal hat Barrow den Ball nicht abgegeben Sehr schön Come on, Johnson setzt sich durch Dickerson Verletzt leider Ähm Wir versuchen es mit HP Stretch hier Mal gucken, ob das klappt Wir müssen ja nicht so weit vorkommen Ne, hat auch nicht ganz geklappt, okay Washington macht das gut Wir müssen ja nicht so weit vorkommen Schön Hauptsache wir haben es geschafft nochmal neue Angriffe zu haben Jetzt im besten Fall natürlich auf GoDirt Schön Er liefert ab Jetzt brauchen wir den Big Big Stop mit Davenport und Co Wenn wir den hinkriegen Dann gehört diese erste Halbzeit zumindest uns Ganz stark Also Davenport Beast Davenport Beast Darf er machen Er darf flexen Ganz wichtiger Sack gewesen Also wirklich ganz ganz wichtiger Sack Vielleicht haben jetzt Gainville oder Smith Bock Paine hat erstmal Bock mit seinem Sack Paine hat erstmal Bock mit seinem Sack Wir nehmen die Double Slants Am besten hat you have Godwin Stark Hauptsache wir sind in Possession Können weiterspielen Nochmal so in Fieldgood nähe kommen Wäre schon ganz gut Oh okay Okay Wir nehmen HP Slipscreen Natürlich nochmal ein Timeout Wir versuchen nochmal ein Mesh Spot Wenn Gainville schnell genug ist Kann man da eigentlich echt nochmal was versuchen Hat ihn fast gefangen Aber fast bringt uns natürlich nichts Wir versuchen den Fake Und wir haben ihn gefangen Sehr sehr nice Wir haben den Fake echt geschafft Wir gehen nochmal mit Slants Das ist jetzt der letzte Versuch Bevor wir dann nochmal ein Fieldgood versuchen Okay Jetzt nehmen wir natürlich das Fieldgood Das ist logisch Schön Also sehr sehr gut 10 zu 3 Ganz wichtig Dass wir hier Die Punkte mitgenommen haben Jetzt müssen wir sie natürlich Noch an den Touchdown hindern Das ist auch wichtig Das gibt es nicht ey Okay Das wird jetzt eine ganz schwierige Aufgabe Ah ne Der ist nicht durchgegangen Gott sei Dank Ich dachte der wäre durch Der Pitbull hat zugeschlagen Hat auch eben den Kopf geschüttelt Jetzt einen Stop hinkriegen Und dann war das vielleicht wirklich so Das entscheidende Defenseplay hier Da war leider Roofing the Passer Da war Devin Potten taken zu spät Das war ein Fehler Der hätte mir nicht passieren dürfen Damit hat man Washington hier einfach Unnötig hergeholt In dieses Game wieder Oder beziehungsweise In diesen Angriff Boah Junge Das Timing war Müll Scheiß Timing Dadurch der Touchdown Ja das ist sehr sehr bitter Erst Roofing the Passer Dann das Timing Okay Jetzt sind sie sogar vorne Ich brauche gar kein Spielzug eingehen Also jetzt sind wir sogar im Bedrängnis Das Ding jetzt zu verlieren Okay Godwin bitte regelt das jetzt Wir brauchen jetzt Godwin Wir brauchen jetzt Godwin Interception Katastrophe Katastrophe Aber wir sind nochmal Dran Also wir können uns vielleicht in den Overtime oder so retten Vielleicht können wir uns nochmal in so eine Overtime retten Aber wir müssen jetzt liefern Junge Hätte er den mitnehmen können Hätte er den mitnehmen können Auf Johnson gleich Na Ja Das wird so nichts Okay Jetzt müssen wir wirklich Stück für Stück nach vorne kommen Ja Jetzt will ich noch vorne kommen Ja Immerhin hat das geklappt Immerhin hat dieser verdammte Fake geklappt Ach come on Diese Review kann jetzt über unsere Saison entscheiden Das kann jetzt über unsere Saison entscheiden War der nicht drin Doch 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 Alles cool Wollte gerade sagen Alles cool gelaufen Gott sei Dank Schön Einfach weiter nach vorne kommen Leute Schnell spielen jetzt Schnell 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 Oh gut Oh gut Burrow Gut Burrow Sehr sehr wichtig was du gerade gemacht hast Ich nehme mal kurz eine Timeout Dass ich hier schon mal so ein bisschen Bisschen den Druck rausnehmen kann Oh Junge und jetzt lauf 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 Nämlich schön auch ins Aus Somit die Zeit stehen bleibt natürlich ne Weil das ist jetzt auch ein sehr wichtiger Faktor Okay jetzt Johnson Du kannst jetzt beweisen aus was für ein Holz du geschnitzt bist Äh geschnitzen Ach scheiße Ich kann diese Sprichwörter nicht Geschnitzt bist Keine Ahnung Du weißt was ich meinte Hoffentlich Und wieder Burrow Wieder Burrow Wieder Burrow Ganz wichtig Ganz wichtig was Burrow hier jetzt nochmal gemacht hat Er hat nochmal so viele Yards rausgeholt Ganz ganz wichtiges Ding Jetzt hier Double Slants einfach ne Mit Godwin und Co Okay Der hat nicht geklappt Dann halt der Drive hier mit Go Dead vielleicht Schön Und jetzt können wir aber Ich hoffe ich gehe jetzt nicht in den nächsten Moment Sondern lasst mich Mann Aber okay Wir sind in der Overtime Und wir haben den Ball Aber ich hätte gerne zwei Punkte versucht Um ehrlich zu sein Vielleicht aber auch besser Dass ich es nicht versucht habe Weil sowas ist natürlich immer todesriskant Einfach mal die Overtime Action Oh Junge Du hattest den doch schon Ja Ja Full Game Wichtig Wichtig dass der durchkam Ganz ganz wichtige Sequenz hier Also es ist wirklich Jedes Play ist gerade Einfach nur Todeswichtig Okay Ja Ja Godard stark Es war gar nicht Godard Smith Ja Sehr schön Ich trinke nochmal kurz Einen Schluck Wasser Leute Ein bisschen Zeit Darf ruhig vergehen Come on Wir müssen nach vorne Stoßen Come on Johnson Johnson hat sich da nicht so leicht Umwerfen lassen Sehr sehr stark Und jetzt einfach Inside Zone Einfach dieses bisschen noch Ansonsten haben wir halt Field Good Chance Aber stark Wie Johnson einfach Durch die Mitte ging Okay Leute Das ist dann echt interessant Was nimmt man jetzt Smith Mal gucken wie weit er kommt Also es sieht immer noch sehr sehr gut für uns aus Auch hier Johnson Du musst nur ein paar Yards nach vorne kommen Nur ein paar Yards Kein Touchdown Noch kein Touchdown Okay Noch kein Touchdown HP Dive Komm Hol für uns den Sieg Hol für uns den Sieg Ihr wisst ja Beim Football Super unfair Die Overtime Aber das soll mir jetzt auch egal sein Wir lassen erstmal ein bisschen Zeit Von der Uhr Falls sie irgendwie In Ballbesitz kommen Dass sie dafür nicht mehr viel Zeit haben Für den Angriff Das muss man natürlich auch immer bedenken Falls doch was schief geht Kein Touchdown Also noch enger geht's gar nicht Come on Oh das war ganz dumm Das war ganz dumm Okay Jetzt brauchen wir Go Dead Junge Nein 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 Ja Wenigstens noch Aber nein Mann Nein Äh Unentschieden oder was Es gibt ein Unentschieden im Football Wie sieht denn jetzt mein Standing aus Äh Was ist denn jetzt los Was ist mit diesem Spiel manchmal Dummes Spiel Wirklich Aber habe ich jetzt gewonnen Habe ich Es gibt ein Unentschieden im Football Ich stehe jetzt bei 8-7-1 Okay Naja Das Problem ist Es ist nicht witzig Weil Die Playoff Chancen sind damit richtig im Arsch So richtig im Arsch Aber so richtig im Arsch Aber das wäre bitter Das wäre bitter Das hat mich gerade gar nicht interessiert Wer wie lang verletzt ist Wir gehen nächste Woche Wir gucken Haben wir überhaupt noch eine Chance Auf diesen verdammten Playoffs Aktuell sind wir immer noch dabei Okay Wir sind immer noch auf Platz 13 Das Unentschieden Ja weil viele 8-8 stehen Das Unentschieden hat uns so weit gerettet Dass wir immerhin Ja wenn wir jetzt auch siegen Dann haben wir 9-7-1 immerhin Also dieses Unentschieden kann am Ende doch wichtig sein Aber natürlich mit einem Sieg werden wir noch weiter Gehen wir rein Gehen wir einfach rein Alles andere interessiert jetzt nicht Einfach reingehen Gegen Kyle Pitts Gegen Ridley Und keine Ahnung Jamario Jackson und Co Ist ja auch egal Einfach rein da Und ich dachte schon Ich habe die Saison verkackt Aber das war gefährlich Ähm Ragger Orbiter Nie vorab Ganz starkes Ding Wichtig Sehr sehr wichtig Mit dem Touchdown hier Gehen wir auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung Devinport und Co Liefert jetzt ab Bitte Devinport Leider konnten wir nicht stoppen Okay Ach also erstes viertelst rum aber wir sind um vier um das noch okay auch wenn das jetzt natürlich super eng ist clowny und co bitte liefert okay das war stark einfach weggecheckt von der nummer 28 hier von james kann man so machen einfach so platz clowny co wir brauchen euch man wir brauchen die beste defense leistung die ihr habt warum hat er die nicht interception okay alles oder nichts es geht um die playoffs man es geht um die playoffs es geht um die schönes ding schönes ding schönes sie versuchen ein viertes mal sie sind hartnäckig die wollen lieber hier den touchdown versuchen als einfach die field gut mitzunehmen obwohl sie jetzt schon dreimal so gescheitert sind hat auch seine kühle aus verletzt oh man 14 ne das gibt es doch nicht 14 7 alter schwede einfach mal gut der hat die beine weggezogen das war hart oh 14 14 läuft jetzt sind wir wieder in ballbesitz sehr schön also eine lebhafte erste halbzeit jedenfalls starker laufweg gewesen chenlo müssen wir substituent also auswechseln natürlich eine timeout somit wir vielleicht noch im field gut nähe kommen jetzt natürlich gott win das einzig wichtige in dieser situation ja gott win hat den stark burrow ganz stark unter druck im lauf dem pass hargenau reingespielt und gott win ist dann halt auch perfekt lässt sich da nicht aufhalten sehr sehr stark ganz wichtiger moment gerade gewesen ja gott win gleich mit zwei touchdowns hintereinander die er gefangen hat richtig und auch der pass von burrow war gut einfach noch mal das gleiche play laufen wie vorhin okay intercepten nicht perfekt oh 25 okay die sind richtig dran ne sind richtig dran deswegen umso wichtiger diesen ball jetzt an den mann zu bringen ja er hat ihn noch gehalten und spring da rein bitte hat er es geschafft das mehr hp dive einfach nur durch da man einfach nur durch da johnson es ist ganz ganz bisschen nur es ist ganz ganz bisschen nur die du machen musst hat er es geschafft hat er es geschafft ja ganz wichtig das war gerade wirklich extrem wichtig two minutes warning die letzten zwei minuten der regular season ein doch sehr sehr spannendes finale dann ne hier nehmen wir die inside zone ok sie nehmen direkt eine timeout ich nehme das mal hier finde ich interessant ok das war irgendwie gerade ein bisschen crazy ja es gibt natürlich auch nichts besseres als wenn ich in so einer situation hier irgendwelche experimente mache dann doch lieber mit burrow of goldhead und alle sind zufrieden ne alle sind zufrieden und jetzt einfach durch die zone diesen einen letzten touchdown man diesen einen letzten touchdown einfach reingesprungen da hat nicht geklappt aber wir können ja noch einmal zweimal probieren einfach rein springen bro jump it in jump schön der touchdown der uns vielleicht in die play-offs bringt vielleicht vielleicht halt hat 32 ne das ist echt krass Okay, also 44 Sekunden noch Und wir haben das Ding gewonnen Jetzt ist halt die große Frage, Playoffs oder nicht Die große Frage, Playoffs oder nicht Okay, einige Spieler Besser geworden, immer schön, aber Ich will wissen, ob wir den Playoffs sind oder nicht Ah, wieder eine Injury, cool, ist es nicht Ach, Jungs Aber wie, Sanders Injury längst 1 Dickerson, Kinlaw Gehen wir mal in die nächste Woche Wir gucken jetzt mal, ob wir in den Playoffs sind Die Vikings, das ist sehr, sehr geil Das ist auch hier eine geile Story Und ja, Leute Wir sehen uns dann zum nächsten Spiel Wir sehen insgesamt Elfter tatsächlich weitergekommen Sehr, sehr schön Ich hoffe, ihr habt da richtig Lust drauf Und ich auf jeden Fall nochmal so auf die letzten Spiele dieses Games hier Am I new returning from injury? Ja, wer da zurückkommt, sehen wir dann ja Euer Volosh meldet sich ab Und bye, bye Bye Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal